Hi, ich bin Mila und mein magisches Hostier Morphel kann sich in alles verwandeln, was ich will. Ich glaube, Papa könnte etwas Hilfe gebrauchen. Morphel, verwandle dich in einen Bagger. Was? Tada! Morphel, warum hast du das getan? Nicht gut. Jetzt ist es hinüber. Entschuldigung, Papa. Wir wollten wirklich nur helfen. Ist schon okay. Geht einfach jemand anderem helfen. Wir werden den Rasen da drüben mähen, Papa. Ja, ja. Passt nur auf. Verwandle dich in eine Schere, Morphel. Nein, Morphel, hör auf. Was ist denn hier los? Nein, nicht meine schönen Blumen. Warum habt ihr die abgeschnitten? Das war nicht absichtlich, Papa. Gartenarbeit erfordert Präzision und du bist viel zu groß, Morphel. Jetzt lasst mich meine Arbeit machen. Vielleicht können wir Papa helfen, indem wir die Zweige und Blätter wegräumen. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Morphel, verwandle dich in einen kleinen Bulldozer. Oh, danke, Mila. Aber wo ist Morphel? Es reicht. Raus aus dem Garten, ihr zwei. Ah, endlich fertig. Was meint ihr, Mila und Morphel? Ach ja, ich hab sie weggeschickt. Aber sie wollten doch nur helfen. Hm, ich kann das bestimmt wiedergutmachen. Mila, Morphel, könnt ihr mal herkommen? Habt ihr Hunger? Ja. Es tut mir leid, dass ich wütend geworden bin. Ihr wolltet ja nur helfen. Morphel, tut es auch leid. Das nächste Mal hilft Morphel besser. Nun, jetzt, wo du es sagst, die Sonne ist echt warm und ich... Oh, ich weiß. Morphel, verwandle dich in einen Sonnenschirm. Wow. Vielen Dank, Morphel. Und das ist es, damit du kühl bleibst, Morphel. Mehr Eiscreme. Mehr Eiscreme.